Hi Leute, das ist Christian, ich bin Lukaku, wir sind von EFC Kaisthenics aus Erdbeut. Ja, der eine oder andere wird sich ja genauso wie wir, sich Gedanken über das Training gemacht haben. Wir haben uns ja einen Beratschlag, wir können aber das Training einfach effizienter gestalten. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, es gibt eigentlich nur eins und das ist ein gutes Zöckelträgen. So, wir werden euch das mal gleich zeigen, wie man das schnell und effizient gestaltet. Christian, willst du noch ein Wort dazu sagen, was so im Hintergrund das Ganze ist? Ja, sämtliche Studien belegen das ja, dass Zöckelträgen das nicht bis runter ist. Um kurz zu effizient zu tun. Wie wir euch jetzt zeigen, kann man aus meiner Sicht praktisch alles von der Haarspitze bis zur Bewehrmutter abdecken. Jau, das ist nicht. Ich bin ja, guck's auf. Ja, das ist ja. Rrr. 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 Rrrr. Rrr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020